hallo und herzlich willkommen zurück zu lost ark ja in der letzten folge haben wir im keller der schwarzen rose einiges aufgemischt und wir ich zeige euch das mal kurz auf der karte wir kamen ja ich oben raus sollen eigentlich da oben hin aber ich habe gesehen dass hier unten noch eine quest ist und ja wie wir das ja immer gemacht haben bevor wir dann weiter sage ich mal das gebiet verlassen haben was wir wahrscheinlich dann machen werden wenn wir ihn jetzt stellen werden würde ich sagen dass wir dann hier erstmal kurz die quest machen ich werde das dorf verändern habe ich mit dem nicht schon mal gesprochen wie bitte du hast meine schwester getroffen sie befindet sich in der kapelle und ist als heretikerin verkleidet bei den göttern ich muss sie sofort retten moment ich bin ein ritter seiner majestät bitte er bitte beim könig sofort einen befehl zum ausrücken da ist jetzt die vier wo muss ich denn dann hin ach so sende eine brieftaube zu sie rein ach deswegen die vier okay nein nein stopp die brieftaube nicht er so konnte ich dir helfen ich hoffe für vielen dank ich danke dir dass du mich so unterstützt sobald wir den befehl seiner majestät erhalten haben werden diese heretiker im namen loteras vernichtet okay ja da bin ich doch froh dass ich das mal eben dazwischen geschoben hat das hat jetzt quasi keine minute gedauert gut wir müssen jetzt nach oben wenn wir uns jetzt auch hinbegeben und weiter mit der aufgabe vom letzten mal machen und dieses dämonenviech darstellen man hier nicht normalerweise ich hätte es sagen sollen da oben haben sie sich schon getummelt ne hier ist erstmal der hier ein mann im clownskostüm ich weiß ja nicht ich stehe hier schon eine ganze weile aber ich habe nichts seltsames beobachtet wobei es gab da tatsächlich etwas auffälliges denke ich ich habe gerade eben ganz plötzlich den geruch von blut vernommen vernommen vielleicht haben die tiere deswegen angst bekommen die heute gejagt wurde komplett ruiniert ruiniert so wie ihr rücken so wie das aussieht okay sie hat blutgeruch und wir wissen noch nicht genau wo aber wir gehen nach da oben hin folge der blutigen spur die frage jetzt habe ich hier gerade ausgeschaltet das blut kommt plötzlich da ist jemand unsichtbares am bluten nein aber das heißt für uns dass wir auf jeden fall wieder in einen dungeon kommen so wie es aussieht oder ist das ne das ist ein neuer bereich das ist kein dungeon gehen wir mal oh mein süßes kaninchen ist auch dabei das ist gar nicht mein kaninchen gewesen ich habe aber auch so eins ja ist nur neuer bereich okay ah dann müssen wir hier oben hin und wir können sogar noch was freischalten sehr schön also dass wir hier importen können das können wir noch freischalten das dürfte eigentlich nichts sein denke ich mal verdammt wo sind sie hin sie sind vor ich habe sie bis hierher verfolgt und dann bricht die blutspur ab verdammt ich frage mich ob es dem alten mann gut geht hey das muss ich ja nur überprüfen hör mir jetzt genau zu voraus befinden sich lutherianische soldaten erkunde dich bei ihnen über den clown mit dem roten mund und behalte einen kühlen kopf du findest ihn bestimmt ja achso dass der alte mann verletzt worden ist ist alles andere als normal in den jahrzehnten in denen ich den alten knaben kenne hat er nicht ein einziges mal auch nur einen kratzer abbekommen im ernst einmal war ich so wütend dass ich ihm mit einer spitzsacke auf den kopf schlug und dabei ist die spitzsacke zerbrochen ähm frag mich warum ja ist eine lange geschichte wie auch immer um den alten mann zu heilen braucht es mehr als nur einen gewöhnlichen trank wenn du irgendeine art spezial trank auftreiben kannst dann bring ihn her ich werde mich selbst ein wenig umsehen oh gott was ist das für ein vieh hier das sieht ja schrecklich aus ähm gut wir müssen ein wundersames heilmittel wir müssen hier rüber wie soll man denn da ach das ist ein aufzug ah ok wir müssen da rüber und wir müssen da ja ja wir machen ich würde sagen wir machen erstmal hier den teil hier vorne ist wahrscheinlich jetzt am einfachsten vorausgesetzt der kommt nochmal runter lauf mein pferdchen lauf hallo so gute dame ich hab äh reisende ach so ähm links ah du suchst nach einem trank einem wundertrank der wunden heilen kann sagst du ha ha nun da bist du hier genau richtig ich weiß zufällig dass ein streng geheimes forschungsprojekt läuft um genau so eine art trank zu entwickeln das ist super ich bin mate der tränkehändler wusstest du dass die meisten tränke die die leute heutzutage verwenden zwar praktisch aber nicht sehr kräftig sind was bringt ein trank den man ein dutzend mal schlucken muss um resultate zu zu was auch immer zu erlangen wahrscheinlich alles hängt von den zutaten ab bessere zutaten bedeuten schnellere heilung deswegen bin ich zur lea fels fels terrasse so äh gekommen sie ist berühmt für ihre läuternden kräfte wenn sich das für dich interessant anhört dann besuche meinen alchemistenpartner er wird dir gefallen der beste alchemist auf dem ganzen kontinent wenn es um tränke geht ist er ein wahres genie sein name ist kühl sag ihm einfach dass ich dich geschickt habe dann wird er dir eine probe seiner letzten brillanten kreation überlassen das finde okay äh ich denke mal das ist das hier oben finde den alchemisten kohl genau da reiben wir doch mal hin was? 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 Marta hat dich geschickt? kostenlose Proben? ha okay so läuft das jetzt also das ist aber auch geil ich komme an ey Marta hat mich geschickt der hat gesagt ich kriege eine kostenlose Probe wir sind Partner er ist nicht mein Boss und mein Grundsatz lautet ich überlasse meine Prototypen nicht vollkommen Fremden daraus wird leider nichts tut mir leid na danke du brauchst diesen Trank dringend was? wenn das so ist wirst du für ihn arbeiten müssen wie wäre es wenn ich dir sage welche Zutaten ich zu seiner Herstellung noch benötige und du sie für mich beschaffst und ich kann nur frische und saubere Ingredienzen gebrauchen aus schlechten Zutaten entstehen schlechte was auch immer Tränke wahrscheinlich es wäre schön wenn man die Sätze mal zu Ende lesen dürfte so was brauchen wir denn? sammle Blütenblätter ja okay ich muss mal einem absteigen hier es wäre schön wenn du das auch einsammelst wenn ich draufkippe so achso das war es schon ich wollte gerade noch sagen brauchen wir sieben oder acht äh Wasser schürfen liefere die Zutaten beim Alchemisten ab okay jetzt darf ich gut alle Vorbereitungen sind erledigt ein wenig hiervon und eine Prise davon und fertig er ist wirklich fertig oh er ist perfekt bald bin ich reich also gut jetzt zum zweiten Schritt ich muss Marte diesen Mühlstein um meinen Hals loswerden und dabei kommst du ins Spiel du wirst ihm sagen dass ich gescheitert bin und dass es eine Explosion gegeben hat und ich zu schwer verletzt bin wahrscheinlich versuche traurig auszusehen wenn du ihm die Nachricht überbringst was starrst du mich so an? willst du den Trank oder nicht? okay ja die beiden mögen sich ja unheimlich gerne so wie es aussieht dann schauen wir mal ganz traurig was? meine Güte ich hoffe Köl ist nicht zu sehr enttäuscht es ist nicht Kölns Schuld sondern meine ich hätte ihm mehr Aufmerksamkeit schenken und öfter helfen sollen ich habe mich zurückgehalten weil ich ihn nicht stören wollte Köl musste alleine so hart arbeiten ich dachte dieser Forschungsplan sei perfekt daher ist es noch eine größere Schande dass er fehlgeschlagen ist ich glaube Köl weiß nichts von dem Acena Porium da er aus Wern kam was? du hast auch noch nicht vom Acera Porium gehört? das Acera Porium ist eines der sieben Hauptgebäude von Nahon nachdem die Burg Luterra erbaut wurde kreierte er eine Einrichtung die den Fluss reinigt damit die Porium sauberes Wasser haben es ist einfach erstaunlich was Magie und Wissenschaft gemeinsam bewirken können warum siehst du es dir nicht an? es ist ein großartiges Geschenk an die Elementare ich wollte aber eigentlich nur dem Clown folgen na gut dann schauen wir uns das noch an ähm ist das jetzt wieder dieser Wassertyp hier? ich hatte gerade schon ein bisschen Panik dass jetzt irgendwas passiert dass jetzt das Ding weg ist oder so und alle schreien oh Gott was hast du gemacht? aber zum Glück ich bin nicht schuld gewesen kann man hier eigentlich was lesen? oh der Pathos eines Genies Jahr 11 der Regentschaft von König Luterra 21. Juli Nahon der königliche Magier und Erbauer der Kathedrale von Kadern und des Gasthauses Sin bat ihn in Ruhestand entlassen zu werden doch er erhielt keine königliche Einwilligung Jahr 17 der Regentschaft von König Luterra 10. März die Konstruktion von Galatus Schmiede ist abgeschlossen der älteste königliche Magier Nahon versucht aufgrund gesundheitlicher Probleme von seinem Amt zurückzutreten er wird aber nicht entlassen Jahr 26 der Regentschaft von König Luterra 11. Dezember nachdem das Nineveh-Observatorium erfolgreich fertiggestellt worden war bat Nahon der älteste Magier der Regenten aus Altersgründen aus dessen Diensten entlassen zu werden doch da die Konstruktion des Azena Puriums bevorstand erhielt er keine Einwilligung Jahr 41 der Regentschaft von König Luterra 7. September nachdem das gesamte Königreich Bedenken hinsichtlich der Gesundheit des Regenten angemeldet hat bittet der älteste aller königlichen Magier aufgrund seines Alters in den Ruhestand gehen zu dürfen seine Bitte wird aus nicht näher spezifizierten Gründen abgelehnt ok, was waren denn das für Arschlöcher es war einfach unglaublich, oder? ich denke, er wäre erfolgreicher gewesen hätte er dieses Wasser verwendet ich hätte öfter mit Köl sprechen sollen welch eine Schande wirst du Köl wiedersehen? der arme Kerl wahrscheinlich wird er nach Wern zurückkehren um seine Verletzungen behandeln zu lassen, oder? hier, bitte gib das Köl er ist nicht, es ist nicht viel aber er verdient eine Abfindungszahlung für seine Mühe bitte sag ihm, wie leid das tut äh, bitte sag ihm, wie leid es mir tut dass die Sache gescheitert ist und dass ich hoffe, dass wir in Zukunft wieder einmal zusammenarbeiten werden kann ich das Geld nicht einfach behalten? ich meine, der wollte ihn ja sowieso loswerden aber wir sind ja wieder gut wir sind ja wieder einer der Helden das heißt, wir geben das Geld weiter was soll das sein? eine Abfindungszahlung? ha! er ist einfach zu weich, um in diesem Spiel auch nur die geringste Chance zu haben ein viel zu großer Trottel um ein guter Händler zu sein jemand sollte ihm sagen dass er sich einen neuen Beruf suchen sollte bevor er pleite geht aber wie dem auch sei ich werde ihn ja niemals wiedersehen ich werde nach Wern zurückkehren und mit diesem Trank ein Vermögen machen wie war das? oh, richtig ich sagte ja, dass ich dir einen Trank für deinen kranken Großvater oder sonst wen geben würde hier ich hoffe, dir ist klar was du für ein Glück hast ihn gratis zu bekommen jeder andere wird dafür bezahlen stimmt, wir hatten den Trank ja noch gar nicht bekommen okay ähm gibt Sinna will den Trank machen wir und wir werden vorher mal kurz hier das Ding aktivieren damit wir das nicht vergessen können so was? Leute haben hier in der Nähe Tränke gebraut äh gebraut und das ist dieser Trank woher hast du den? erzähl mir alles ich will jedes Detail hören was? das Azener Porium ist hier in der Nähe? wirklich? pah wenn ich das gewusst hätte wäre ich mit dir gegangen der alte Mann hat mir einmal erzählt dass das dortige Wasser beinahe jede Wunde heilen kann dieser Mate tut mir allerdings leid vielleicht sollte ich ihn besuchen falls er einen neuen Partner braucht ich will mich nicht brüsten aber ich bin selbst ein ziemlich talentierter Tränkebrauer das wäre vielleicht eine gute Nebeneinnahmequelle okay ähm gut das heißt wir können jetzt weitermachen mit unserer ja eigentlichen Quest Muren Entschuldige dass ich mich reinranken ob ich jemals jemanden Verdächtigen gesehen habe hm ich weiß zwar nicht ob das relevant ist aber ich habe überall Schreie gehört die Porium der Leia Felsterrasse mögen keine Menschen daher lehnten sie unsere Hilfe ab also haben wir keine Möglichkeit weitere Untersuchungen anzustellen allerdings gibt es da diesen Porium der entflohen ist aber auch der würde nie mit uns reden und das sagt er mir alles einfach so vielleicht will er mit mir reden geh weg hallo was soll ich ihn machen Moment nutze den Chatbefehl reden okay oh ich weiß gar nicht mehr wie ich das öffne Moment ah ich weiß es gerade echt nicht mehr Moment Charakter nein Abenteuer nein oh ja ist ja gut ist ja gut ist ja gut gib Grüßen ein wütend reden haben wir ja nicht ne wär ja auch zu schön gewesen ähm ich guck nochmal eben nach wo ich das eigentlich öffnen kann eine Sekunde ein kühap 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 re kühap krühap sich s kühap Was ist das? Das gibt es doch jetzt nicht. Ja, und ich habe es gefunden. Ich musste Z drücken. Das ist doch auch eine blöde Sache. Ähm, reden, reden, reden. Reden haben wir hier. Macht die das jetzt automatisch? Ja, ne? Oh, hallo. Hi. Ach so, jetzt kann ich nur mal mit dem reden. Okay, sehr schön. Lass mich in Ruhe. Ich will hier nur in Ruhe sitzen. Allein. Puh. Puh. Die Augen meiner Freunde sind ganz rot geworden. Also habe ich. Ja, was hat er? Sei getraudig. Traurig. Da. Hallo, ich bin ganz traurig. Wie lang noch? Ich bin nur etwas überrascht. Ich muss es trotzdem irgendwie lösen. Ich hörte, dass die anderen Völker selbstsüchtig sind. Du und die Priesterin scheinen jedoch ein wenig anders zu sein. Aber die anderen, Poreum. Sie werden euch trotzdem nicht zuhören. Äh, das kann ich endlich wieder schließen, ja? Äh, finde Serie und sprich mit ihr. Okay. Die ist ganz weit oben. Ähm, ach so. Oh, deswegen steige ich gerade nicht aufs Pferd. Sag mir das doch einer, dass ich ins andere reingegangen bin. Okay. Serie. Keine Ahnung, wer Serie ist. Ich denke mal, dass... Oh, nee. Nerve mich jetzt nicht mit so einem Scheiß hier. Ähm. Ich denke mal, dass das wohl die andere ist, von der er gesprochen hat. Die Symptome der Poreen ähneln sehr dem Leiden der Bewohner vom Gasthausien. Das muss der Einfluss des Wahnsinns sein, der diese Gegend befallen hat. Die Poreum befinden sich in großer Gefahr. Würdest du bitte mit dem Anführer der Poreum treffen, um sie davon zu überzeugen, meine Hilfe anzunehmen? In der Zwischenzeit suche ich nach einem Weg, den Poreum zu behandeln. Ich verlasse mich auf dich. Okay, da oben laufen sie schon rum. Ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht an. Ich will ja nur mit denen reden. Halt! Hat dich der König geschickt? Äh, nicht ganz. Ich bin das Wasserelementar Jaya. Ich behüte die Poreen mit meiner Schwester Ligias. Wir standen kurz davor, dem tyrannischen Regenten ins Exil geschickt zu werden. Daher fürchten sie die Menschen. Ich freue mich ungemein, dass der neue König bereit ist zu helfen. Würdest du Ligias bitte mitteilen, dass sie mit den Rittern Luteras kooperieren soll? Warum muss ich das machen? Das sind eure Leute. Äh, besiege die Wassertornado-Elementare. Achso, ne, Moment. Das ist dieser Quatsch da mit dem... Äh, begib dich zur Kommandantin. Wo ist sie denn? Über mir. Okay. Machen wir das mal offen. So. Ne, doch. Uh, da hinten kann man auch was freischalten. Und dann schalte ich erst mal kurz was frei. Fertisch? Was hat eine Fremde hier zu suchen? Wir sollen uns mit den Rittern von Lutera vereinen? Wir wissen nicht einmal, weshalb das passiert ist. Oder wer dafür verantwortlich war. Okay. Das klingt ganz nach Ligias, die befiehlt die Meinung, der Ältesten einzuholen. Sie ist vielleicht dickköpfig, aber sie hat auch ein offenes Ohr. So sehr ich auch die Position von Kommandantin Ligias verstehe. Puh. Wie können wir die Aufrichtigkeit der Ritter in Zweifel ziehen? Die sterben, um uns zu schützen. Ich schlage mich auf deine Seite und lasse es darauf ankommen. Puh. Habe ich jetzt eine Arrungenschaft gerade bekommen? Oder was war das jetzt gerade, was da so reingehört? Oh, wie sehr wir unter der Herrschaft des Regenten gelitten haben. Äh, du hast ja keine Ahnung. Ich folge Kommandantin Ligias. Wir dürfen Fremdlingen nicht vertrauen. Ja, den habe ich ja super überzeugt hier. Was ist denn mit euch? Ich frage mich, was ihr davon haltet. Ich auch. Ach so, das sind die drei, die wir besprochen haben. Wie wäre es denn, wenn wir ihnen noch einmal vertrauen würden? Früher standen wir tief in König Lutheras Schuld. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Alle Ältesten außer Boros haben der Allianz zugestimmt? Ist das wahr? Da ich mein Wort gegeben habe, habe ich wohl keine andere Wahl, als zu kooperieren. Bitte übermittle Jahia meine diesbezügliche Antwort. Aber gib dich nicht der Hoffnung hin, dass ich dir ab sofort blind vertraue. Kein Thema. Das ist übrigens eine sehr, sehr schöne Gegend hier irgendwie. Was ist denn das hier? Aha, da kann man hochklettern. Okay. Ich bin froh, dass das Gespräch gut lief. Zunächst müssen wir uns um die Heilung der kontaminierten Purin kümmern. Selbst wenn ich Luthera jetzt um Hilfe bitten würde. Bräuchten sie drei Tage, bis sie hier sind. Also, was soll ich tun? Oh, ich weiß. Wenn wir eine Essenz aus den Truglichtkräuterpflanzen aus der Umgebung herstellen würden, könnten wir etwas Zeit gewinnen. Vielleicht ein paar Tage. Würdest du mir beim Beschaffen der Zutaten helfen? Klar. Und wir dürfen sogar da hoch. Ich wollte sowieso gerade mal nachschauen, bevor ich jetzt weitergehe. Weil das riecht so ein bisschen danach, als ob hier eventuell so ein Dings sein könnte. Hier, wie heißen die nochmal? Ähm, die Dinger, die wir mal einsammeln. Ja, das mache ich jetzt nicht mit einsammeln. Achso, einer reichte. Okay, aber ich muss trotzdem mal gucken. Ich sehe hier keinen. Kann man auch nicht weiter durchgehen oder so, ne? Schade. Ja, schade. Es sah jetzt wirklich so danach aus, als ob das hier vielleicht so ein Plätzchen wäre. Aber gut. Die Samen. Juko-Samen? Ne, wie hieß die nochmal? Ähm... Wasser? So. Bitte. Ich habe sie fertiggestellt. Die Essenz der Illusion. Sie hat bei Menschen funktioniert. Hoffentlich funktioniert sie auch bei Poreum. Bitte gibt die Essenz den verrückten Poreum. Den verrückten Poreum. Wenn sie bei Ihnen funktioniert, dann bring die Essenz bitte zu Jahia. Vielen Dank. Okay. Beruhige die verrückten... Viecher. Äh... Wer von denen ist denn... Uh! Wie soll ich die denn beruhigen? Ach, das macht er automatisch, oder was? Bumm. Okay. Ich habe es verstanden. Ich habe leider das F5 zu spät gesehen. Die Frage ist jetzt... Wo kommen wir jetzt eigentlich hier hin? Wo sind wir denn hier? Felsterrasse? Gibt es hier ein paar Samen eventuell? Weil es ist wieder alles so... So komisch schwarz und... Wo sind wir denn hier schon wieder? Wie lange geht das hier bitte rein? Hallo? Eieieiiei. Oh, was haben wir denn hier? Schau dich kurz um. Ja, ich bin abseits meines Weges. Das ist mir schon aufgefallen. Aber ich sage ja, ein richtig schöner Ort. Und ich glaube, diese Aussichtspunkte, das hat ja auch irgendwas mit Errungenschaften oder sowas zu tun, ne? Wenn man die findet. Aber... Ich weiß, ich laufe hier gerade ein bisschen schnell durch. Ich habe keine Samen gesehen hier auf dem Weg. Vielleicht vertue ich mich da ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich was übersehen. Ich habe keine Ahnung. Moment, kam ich jetzt von hier? Ich gehe jetzt auch nochmal runter. Ja, von hier kam ich, ne? Nein! Mein Kopf wird endlich wieder klar. Ja, das hoffe ich doch. Wow? Gut. Nein! Hallo? F5! Achso, ich bin schon fertig. Nein, lauf nicht hinter mir her. Ich habe, ich habe abgeschmiert. Das Delirium mit der Essenz der Truglichtkräuterpflanze eindämmen? Beeindruckend. Die Truglichtkräuterpflanze ist ein Halluzinogen, das einem Anwender angenehme Erinnerungen der Vergangenheit zeigt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie beim Austreiben von Wahnsinn so effektiv sein würde. Unglaublich! Bitte informiere auch Likäas darüber. Sie hat ebenfalls den Wahnsinn studiert. Sie könnte inzwischen fündig geworden sein. Wenn Tautropfen Elementare verderben, kehren sie in die Erde zurück, um sich zu reinigen. Sie fließen in die Tiefen der Erde, steigen dann wieder an die Oberfläche auf und werden als Blasennuklei wiedergeboren. Wenn du also einen Blasennukleis findest, kannst du ihn bitte sanft berühren, damit der Tautropfen Elementar wiedergeboren werden kann? Klar, woran erkenne ich den? Hallo? Kann ich das auch vom Pferd aus? Das ist jetzt die Frage. Moment. Einfach abträumen. Zwei müssen wir. Okay. Das sind die schön leuchtenden Dinger. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier müssen wir raus und nach oben. Ich kann das Lachen der Tautropfen Elementare hören. Sie sprechen über dich. Sie möchten sich bei dir bedanken. Als Kommandant, der die Tautropfen Elementare beschützt, möchte ich auch meinen Dank aussprechen. Den Wahnsinn der Poren mit der Essenz der Truglichtkräuterpflanze eindämmen? Eine beachtliche Leistung. Was mich angeht, habe ich letzte Nacht die Person gefunden, die sich in diese Gefilde geschlichen hat. Ich glaube, sie hat etwas mit diesem Vorfall zu tun. Also habe ich Tovish gebeten, sie zu verfolgen. Bitte begib dich zu Tovish. Da meine Aura dich noch immer umgibt, wird er dich nicht angreifen. Ah, das ist dann da unten. Das scheint mir aber so ein bisschen jetzt eine neue Geschichte zu sein. Zumindest hört sich das so an. Übrigens, was ich vergessen habe zu sagen, das hier unten, habe ich aus Versehen angenommen. Weil ich einen Doppelklick auf einen Schlüssel gemacht habe. Und deswegen soll ich zu einem geheimen Bereich der Dailian-Plantage gehen. Das war allerdings schon vor einiger Zeit, also wo wir auf der Plantage waren. Deswegen habe ich das jetzt noch nicht gemacht. Können die mal aufhören, hier so lauthals rumzukämpfen. So rumzukriegen, wollte ich gerade sagen. Ich würde normalerweise sagen, ich weiß ja nicht, wie lange die Geschichte noch geht. Aber das hört sich so an, als ob das noch ein bisschen länger dauert. Ich würde sagen, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen. Wir sind nämlich schon wieder weit über die halbe Stunde drüber. Und wir sehen dann den Rest der Geschichte in der nächsten Folge. Und dann hoffentlich ohne diese Kriegsgeräusche im Hintergrund. Bis dann. Ciao. Ciao.